ja hallo freunde und mit sternenkrieger willkommen zu einem neuen let's play mi octavia frau das ging ja und das letzte mal sind wir auf drum und kass gewesen und wir haben diese bestie in der hölle die das herz herausgerissen und wir müssen jetzt deswegen auch mit mandalore sprechen und wir gehen rein in der spirit of vengeance und wir werden gleich mit mandalore reden was die geste von honor's finally arrived no much look at the subject size mass ratio would beg to differ shut up the creatures dead mandalore i've brought your proof then it's time i introduced you to the other grand champions of the great hunt meet your only peers in the galaxy we've gathered here to induct you into our exclusive group the only hunters in the galaxy with access to jobs on the legendary blacklist you sure so special about this blacklist it's completely confidential we're the only ones who can read it not even contract posters can see what's on the list the blacklists as old as the great hunt itself got its own traditions i need your help keeping one alive there's always been a mandalorian in the group duty calls me away so i want you to take my place keep a mandalorian among the grand champions i'm no mandalorian killing that beast was your ritual blooding so you're already mandalorian in spirit if not in name now do me the honor of joining my brothers and sisters in the great clan i wanted it always be a mandalorian been waiting my whole life for this i'm honored your life's just begun make it one no one will forget champions it's time we drink let's see how much black ale my replacement can put away i hate to leave such fine company but it's time i got back to winning the sith's wars for them champions till we meet again i haven't seen the old man that happy in a long time how's it feel to be a mandalorian it feels like i'm part of something not just another hired gun ah how sweet name's bloodworthy these two miscreants are jula nightbringer and the defenestrator we just wanted you to know we sent a little welcoming present to your ship a blacklist bounty one of the two oldest on record to be exact something to ease you into life at the top okay i'll be sure to check them out we should get going our new friend here is plenty of work ahead of him don't be a stranger ja und da sind die weg jula nightbringer der defenestrator und der verfinsterer so heißt einer auf deutsch der blutwürdige der verfinsterer und jula nightbringer ja die weiß ich nicht so auf deutsch ja wir steigen wieder im schiff ein na ja habe ich jetzt vergessen aber wir sind an bord des schiffes ziemlich schnell hier reingekommen so und use your ship intercom okay dann müssen wir den intercom benutzen ja wir haben mehr abatt ja 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 jetzt sind wir Teil der Elite ja Ich kann es kaum erwarten. Wow, wieder 20.000 Punkte gekriegt, Freunde. Ja, das ist gut. Und 1200 Punkte auf Marco und 200 auf Gott. Ja. Und wir müssen als nächstes auf dem Planeten Tares, werden wir jetzt gleich machen, Tares, ja genau, hier in dem imperialen Raum, und dort ist Tares. Und wir fliegen jetzt nach Tares. Ja. 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 Ich werde das machen. So, wow, rund 800 Punkte aufmachen, 400 auf Gold. Und wir haben einen neuen Codex Eintrag, eine neue Person und das ist Jikan Kadera. Ja, und den müssen wir jetzt durch ganz Tades jagen. Ja, Freunde. Und wir werden mit Commander Fett reden. Fett, ihr kennt. Django, Boba und so weiter. Ja. Und nachdem wir mit Commander Fett geredet haben, werden wir diese Folge, denke ich, mal beenden. Ich weiß es nur nicht. Wir sehen uns gleich auf Tades. So, wir sind hier auf Tades gelandet und hier könnt ihr auch einen neuen Codex Eintrag sehen. Hier dieses Brell Sediment. Könnt ihr euch durchlesen. Ja, und jetzt gehen wir und sprechen natürlich mit Commander Fett. Mal sehen, was der zu sagen hat. So, wir reden mal mit Commander Fett. Ich brauche Informationen über das Ziel. Ich brauche Informationen über das Ziel. Nicht mehr lange. Klingt verdächtig. Und das ist seine letzte bekannte Ort. Was? Du glaubst, ich werde etwas finden, in dieser Republik Kolonie? Na, eine Suche von der Stadt nicht kann es nicht helfen. Wenn nichts anderes, Wißen die Kolonie ausküren könnte, kann man einen Taddy summen. Die Imperierenden wollen eine Slautung. Und sie offeren Kredite für Taurisian bodies. Ihr Unterstützung ist gut, Commander. Das ist die Location der 2nd Kolonial Protektorate. So, da steht auch was über Thorin Kaderah, der wird unser nächster Gefährte sein. Okay, dann haben wir jetzt erst mal zwei Missionen zu erledigen, einmal dieses hier und einmal Imperial Bounty, der wird der Kolonist, okay. Okay, werden wir, ja, wenn du nicht hinterher dackelst, dann sind wir kein Team mehr. So, ja, ich guck mal kurz, ich unterbreche die kurze Aufnahme. So Freunde, und in der nächsten Folge kümmern wir uns um die erste Mission hier auf Thares. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, ich bin auch Tharmer von Dr. Skinplay und möge wie macht mit euch sein, Freunde. Ciao, ciao.